aber es geht auch so das heißt man muss das feuer umgehen wohl irgendwie können ja das geht auch zunächst zumindest mal aber jetzt nicht mehr oder doch da unten aber wo müssen wir überhaupt hin hallo wo müssen wir hin ich sehe da gar nichts ok da oben wie kommen wir dort hinten hin ohne durch die flammen zu geraten ich glaube ich habe es gesehen und ich wollte ja auch eben dorthin eigentlich aber ich bin zu weit gesprungen da unten also nicht so weit gesprungen zu wenig gesprungen dieses hier drauf und von dem dann kann man um die ecke springen ich bezweifle es gerade irgendwie natürlich hätten wir die netter perle aber ich das ende auch gemein oder die ender perle ist glaube ich ja genau in der auge ist es nur wenn man dingsbums die dings damit macht ich bezweifle es irgendwie das war von dem dann dort hinten drauf kommen doch was geht hier ist die frage nur wegen diesem dreck sand geht haben wir es geschafft oder was werf dich mit ender perlen zur anderen seite achtung schaden ja was haben wir hier wurf drang der heilung wir holen uns mal ein paar ender perlen mit ich weiß nicht wie viel wir brauchen und holen uns hier direkt mal noch wurf drang der sofort heilung mit die eine lassen wir mal hier so machen wir das hier mal raus das schwert und so das brauchen wir ja auch nicht eigentlich da machen wir uns unten gesunde mischung zwischen perlen und tränken kommt da holen wir uns einfach mal ein paar tränke mit ich weiß ja nicht genau ich glaube das ist schon ziemlich übertrieben dass wir hier dabei haben aber es gibt ja keinen schaden hier irgendwie auf leicht ach aber wir müssen hier wahrscheinlich nicht uns werfen und direkt wieder werfen okay das haben wir auch durchdacht das ist schon mal schön wo geht's hoch hier was okay was ist denn ach falscher knopf gedrückt wir haben aber keinen schaden weil wir ja auch friedlich spielen und irgendwie so man sieht hier kaum hin man könnte sich aber auch direkt da hinten hochschmeißen denke ich mal was hallo was ich habe in der wand festgesteckt ach gleich unsere schöne rüstung weg ziehen wir mal aus die brauchen wir eh nicht warum habe ich jetzt in der wand festgesteckt wollen die mich verarschen hier jetzt kriegen wir schaden ach das ist krank kranker shit hier muss man aber wirklich verdammt schnell werfen ach und da muss man auch genau treffen am besten würde man sich einfach nur hierhin werfen zunächst einmal alter ja klar ist es geht gar nicht so schnell was haben wir denn hier noch trank der regeneration das ist natürlich auch nicht schlecht das hält sogar 45 sekunden an so jetzt ein gezielter wurf hier unten durch oder oben drüber das war nix cool wir können durchlaufen so jetzt sind wir hier das haben wir auch geschafft und jetzt hierhin geht doch einmal frei alter das hier ist ein schwerer wurf geht aber wasser wasser leck mich am hosenbein alter was ist in die wand rein geklitscht mit dem wurf irgendwie sind die noch ein bisschen packi wohl die teile hier na gut wir halten uns so schnell dass es egal ist warum meine fresse es ist auf jeden fall geil gemacht aber ich weiß noch nicht genau wie man diese enderperlen enderperlen schmeißen muss ich benutze die sonst nicht zu werfen weil sie im survival eher hinderlich sind mit dem werfen weil es ja auch energie kostet deswegen muss ich hier selbst mich noch ein bisschen orientieren alter das verstehe ich jetzt zum beispiel nicht ich weiß nicht dort hoch und er fällt einfach runter weil er sich weil das irgendwie ein bisschen buggy ist mit diesen scheiß enderperlen oft mal in die wand reingeklitscht in die wand reingeworfen oder so da schon wieder stecke ich in der wand fest das ist äußerst komisch und das hier eben immer hier auf diesen stufen irgendwie ich muss gucken dass ich dort hinten reinkommen nein das ist doch dumm warum wirft er die nicht dort rein und bind mich da vor ich meine warum habe ich ein zielcursor wenn er nicht dort hinwerft wo ich hinziele ich glaube nicht dass es gedacht war dass man sich hier so lange aufhält an dem ding aber ist mir auch gerade egal es klappt eben nicht ist eben ein bisschen nervig aber die idee ist auf jeden fall cool nur die umsetzung also nicht von den leuten die das jetzt gebaut habe haben sondern die umsetzung mit dem enderperlenwurf die scheint noch ein bisschen zu haben so kommt es mir ein bisschen vor geht doch es ist wieder ein bisschen klitschi und jetzt jetzt haben wir uns endlich hier auch geklitscht ähm wo geht's jetzt weiter hier hinten war was ach du scheiße ob ich das ding treffe naja natürlich nicht das ist doch nicht wahr das ist doch dumm jetzt wirklich mann 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 das fällt mir jetzt wirklich gar nicht weil es irgendwie nicht so funktioniert wie es funktionieren sollte man wirft irgendwo genau hin und das ist eine spurbreit glück ist irgendwie noch dabei dass er nicht da sich in die wand rein klitscht oder sonstigen komischen scheiß macht wird hier zum beispiel auf die kante geflogen ach gut da ist ein zaun oben gewesen da direkt geschafft mal ausnahmsweise halt da das ist guck dir das geklitscht an ich muss dort hinten drauf 100 pro dann müssen wir hoch ansetzen denke ich und fallen trotzdem runter nähen das ist doch nicht wahr ich verstehe das nicht der müsste doch auf jeden fall dort drauf fallen also das gefällt mir wirklich gar nicht man könnte hier auch einfach so durchlaufen hab ich die ganze zeit schon ender perlen geschmissen ich schaff das wohl nicht mehr heute ach komm ja es ist gut ich habe auch keinen bock mehr darauf muss ich sagen wie gesagt das ist wegen diesen dummen ender perlen werfen wir das ich weiß nicht genau das funktioniert das kommt mir so vor als würde es nicht so funktionieren wie es soll da ist schon wieder steckt da in der wand hallo äh verdammt was ist denn jetzt wie komme ich denn jetzt hier wieder rein hab ich mich durch die wand durchgeworfen habe ich mich durch die wand durchgeworfen oder was ich kann ja hier nicht langs gehen einfach ach da habt ihr den salat mit dem scheiß ja wenn ich wo bin ich denn jetzt ich würde gerne wieder zurück in super ich wusste dass dieser scheiß mich ankotzt alter wie komme ich jetzt wieder zurück super oh man das ist doch blöd ich muss jetzt was abbauen es tut mir leid Leute aber das ist jetzt diese scheiß Glitchkacke hier ja das ist jetzt ihr warst du wirst so du wirst du wirst ihr wirst du wirst du wirst du wirst